COUNTDOWN TO THE SCIENTIST Ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play S4 League mit TheScientistHD und zu Gast heute H.R.Rioten Yo hier anwesend Heute nimmt mal der H.R.Rioten auf, da meine FIRST Testperson abgelaufen ist und er noch drei Tage hat Yo, das war heute glücklich noch Ja, ich kann halt leider nicht mehr aufnehmen, da die scheiß Testperson abgelaufen ist und ja, ich sehe gerade, wir haben sehr gute Gegner gerade Die haben schon, der eine hat schon zwei Punkte, sehe ich gerade, das ist schon krass Scheiße, wollen wir mal ein bisschen anfangen zu spielen, würde ich sagen Was war ein schöner Instant Wall Jump Boah, da habe ich ihn noch in Dash getroffen ey Boah, das war richtig gut von ihm ey Doch, ich muss gleich mal mit meinen Laser Dances anfangen, weil Ja Also, sehr gutes Spielweise sehe ich hier gerade Und der H.R.Rioten heute mit Breaker oder was? Ja, ja, ja Oh, ich habe gerade Standbild, oh shit Ah, zwei Standbilder Ja, Breaker ist eine relativ gute Waffe Damit kann man auf jeden Fall ordentlich draufknallen Ja, das sehe ich Oh Weißt du, guck mal wie man damit regelt, oh shit Ah, das war doof Der kann sehr gut mit allen Boots umgehen, der Typ ey Ja, ich batch halt schon wieder von Fanboys angewispert gerade Ähm, ja, die sind jetzt halt nicht in der Aufnahme Der ich halt heute nicht aufnehme Und ja Ey, Sega, wir verlieren schon wieder 2 zu 0 Ja, das müssen wir ändern Das müssen wir mal schnellstens ändern, ja, sauber Boah Easy Ja, ich mach mal hier schön alles kaputt, wegen der gleich noch Boah Ja, easy Ja, ich sehe gerade Der Redoku Der hat es eigentlich sehr gut ist, ist betrunken Ne, angetrunken ist er sogar Auch nicht schlecht Soll ich mal jetzt einen Netherdance? Obwohl ich nicht Soyotis bin Hehehe Oh, ich bin ja schon wieder runtergefallen Oh, den kill ich auch noch Ich meine, starken Supports Ja, heute, äh, wie ihr schon seht, ähm, spielen wir grad, äh, Station 2 meine Main Map, ne? Ähm, da ich auf dieser Map schon gegen den PS Battler 101 verloren habe Also, Link ist in der Beschreibung Spielen wir diese Map nochmal, weil ich halt sehr gut hier drinnen bin Ne, das ist halt meine Main Map und ich häng halt sehr an sie Weil ich sie halt dauerhaft nur spiele Aber halt trotzdem gegen den PS Battler verliere Mit AllOS Waffen, Waffen natürlich, ne? Ja Also, das müssen wir noch ein bisschen üben, so Ja Aber es ist schon eine richtig geile Map, also die spielt man schon Also, wenn man hier die Laserdances kann, dann hat man eigentlich schon gewonnen Ja, das würde ich auch sagen Oh, hier sehr Oh, da geht der Airwalk nicht Sehr, sehr starkes Dashen Ja, genau, und, äh, ihr kennt ja von meinem Kanal bestimmt, äh, die Top 10 Death-Skills, den ganzen Tag Habe ich ja meine Death-Skills bewiesen Aber könnt ihr auch nochmal vorbeigucken Link ist, glaub ich, nicht in der Beschreibung Ihr müsst einfach suchen Genau Von H.R. Joken halt, auf meinem Kanal halt, irgendwie Kommt einfach mal bei ihnen vorbei Es lohnt sich nicht Kann ich schon mal sagen Hahaha Hahaha Hahahaha Ja Wir haben schon, ähm, aufgeräubt sich er gerade Es ist, ähh Vier zu Zwei Uo, steht 0.004 Ja steht 4.03 Ja, so langsam neu Ovohin die Putaan soll Hoop sind, ey So langsam neu Wow Er versucht sie mit sein Ironboots zu machen Stehen bei hinten Aber der Rhioken, der darf natürlich wieder, ne? Ja. Ohne Breaker sogar, ne? Yo. Ohne Breaker, oder so was? Oh! Der hat doch hackt. Der hat hackt. Yo. Der hackt. Oh, da hab ich ihn gescheit totgespampt. Und schon Halbzeit, ey. Das ging aber schnell. Oh, das war mal ne schöne Halbzeit, würd ich sagen. So, und jetzt hier... Natürlich alles No Marco. So, alles No Marco noch? Ja, natürlich No Marco, ne? Was ist das überhaupt? Also ich benutze keine Makros. Ja, die Halbzeit, die läuft gerade. 5 zu 2. So gute Gegner eigentlich. Hätte ich nicht gedacht, dass wir noch so krass führen. Aber wenn der Rhioken seinen Breaker dabei hat, dann steht da auch eigentlich keine Chance. Yo, jetzt ist er mal eben... Oh, das tut mir leid. Ich musste kurz nen neuen Mem-Bug klären. Also, tut mir leid. Ach so, okay. Ja, er hat gerade richtig schön mit seinem Album-Moves ist er gerade gerusht. Das war mal richtig sehr nice. Ah, jetzt werde ich hier schon wieder angemacht. Also, bei mir läuft richtig. Ja, wir sind ja schon so Fame mittlerweile, ne? Also, das kannst du schon keinem mehr erzählen, ne? Ja, also das geht schon richtig ab, so unser YouTube-Business hier. Ich weiß gar nicht mehr wohin mit dem ganzen Fame. Ja. Und ja, man hat ja eben gesehen, mein kompletter Chat ist einfach alles vollgewispert da. Ja. Und ja, das ist halt seitdem wir diese guten YouTube-Videos machen. Aber da fängt es schon wieder an. Ja. Immer dieser Spammer. Aber ich kann auch nicht alle blocken. Meine Blocklist ist einfach dann instant nach 10 Minuten vorher. Weil so viele Leute schreiben mich an. Ja, das ist halt das Problem. Muss ich mal mit den GMs sprechen, ob die nicht einfach jeden blocken können, der nicht mein Freund ist. Weil, das ist echt schon scheiße. Das war ein guter Breaker-Hit. Oh ja, der war auch gut. Den haben wir. Den haben wir noch. Den haben wir noch. Komm, den krieg ich mit Breaker sogar. Ne, Breaker hol ich den. Oh, komm. Oh, ich hab meinen Chef geholt. Ja, noch nicht. Jetzt, jetzt. Jetzt mach ich einen Laser-Dance. Schönen Laser-Dance? Oh, das war... Das hat keiner gesehen. Ja, aber ich hab einen guten Laser-Dance gemacht. Also, so. Ja, ich auch. Aber ich bin halt irgendwie gestorben. Jetzt mach ich die Bunch kaputt mit meinem guten Breaker. Boah. Starker Breaker. Starker Breaker. Ne, man sieht das einfach anders, ey. Boah, ich hab mir selber noch einen Safe-Kill gegeben. Ja, das war nice. Komm, den holt er sich mit seinem Breaker. Boah, Juni, du staubst ab, ey. Ja, ich mach ab Hebristet. Ich mach ab Hebristet. Ich mach ab Hebristet. Ich auch. Sehr taktisch gehen wir vor. Weil die Gegner sehr gut sind, da müssen wir sehr taktisch vorgehen. Eigentlich nicht. Der dashte von meinem Block, das weiß ich. Oder auch nicht. Oh, ich dachte, der ist auch nochmal bei Block rein. Obwohl ich ja hinter ihm war. Ja, ja, der. Ja, der. Ja, der hat auch eine gute Kombi auf jeden Fall. Ja. Ich muss sagen, sehr starke Gegner. Schon lange nicht mehr gegen solche gute Gegner gespielt. Also, ich würd sagen, das wird eine richtig gute Aufnahme, oder? Was sagst du dazu, HR-Rioken? Ja. Ja, also. Ja, ist schon nice. Also, die Gegner sind... Ist schon... Also, es wird noch schwer am Ende, glaub ich. Ja, der HR-Rioken und der The Scientist HD haben halt sehr gut. Ja, wir sind halt nicht die besten Spieler, ne? Aber wir sind schon ziemlich gut. Sehr lange, äh, intensiv trainiert. Ja, vor allem Station 2. Also, die Laserwalks, die sitzen eigentlich schon immer. Die sitzen? Der, äh, dem Rioken habe ich jetzt mittlerweile schon sehr gut beigebracht. Ja, also. Ist ein guter Lehrer auf jeden Fall. Und ich denke auch, ich bin ein guter Schüler, oder? Ja, auf jeden Fall. Der HR-Rioken, der ist top. Also, wenn der mit seinem Breaker hier mal rumhaut, dann... Ja, vor allem, bei meinen Dev-Skills, also... Man sieht ja in dem Video ganz klar, was ich für Dev-Skills habe. Und... Ja, ähm... Man, ne, ne, okay, scheiße, sorry. Ich kann ja nur... Ja, ich denke mal, den werde ich mir mit meinem CS holen. Ja. Sauber. Also, mein Chat ist schon wieder komplett voll, mein Whisper-Chat. Oh, yeah. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Ja, das ist gut. Also, wir haben schon sehr viele Follower, ne? Sehe ich gerade hier. Ja, also... Die ganzen Abonnenten hier, die, äh... Spam uns voll... Ja, wir müssten eigentlich mal so'n... Oh, so'n Abonnenten-Special müssten mal machen. Ja. Ich glaube auch, dass... Oh. Okay, der eine hat Low-HP sogar. Und ich krieg keinen Respawn einfach reingedriffen. Oh, ja. Ich hab einen sehr guten Boomerang gemacht. Der hat mir aber leider nicht gereicht. Ja, das ist krass. Scheiße. Ich war ein sehr, sehr spielter Spielzug der Gegner, muss ich sagen. Mhm. Ich glaube, ich muss noch mehr meinen Bre... Warte. Ja, ich denk mal... So. Also, ich muss noch ein bisschen mit meinem Breaker regeln. Ja, ne? Da meint gerade einer, ich wäre Scientist. Ich glaube, der kann ich richtig lesen. Oh, da... Das... Oh, das war ein sehr starker... Ja. Support von HR-Riopen. Vielen Dank dafür. Kein Ding. Also... Ja, komm, den machst du rein. Sauber. Ja. Komm, da hast du dich grad reingehauen. Jetzt werdet ihr... Ah, immer dieser Chat. Ja, den hab ich den HR-Riopen noch beigebracht. Zeig dir mal. Ja, genau. Der ist richtig effektiv. Ja, hier... Äh... Ja, ist sehr schwierig. Aber der HR-Riopen mittlerweile ist schon drauf. Ja, irgendwie die Leute sind auch ein bisschen doof. Also, die müssen mich einfach ran und meinen, die werden der größte Fan von mir. Scientist. Obwohl ich gar nicht Scientist bin, aber... Da müssen wir uns in... Ich weiß auch nicht. Ja, wir haben uns mittlerweile schon richtig zusammengetan hier. Ja, die Verwechslung schon mal. Ja, der hat eben schon wieder ein Breaker geholt. Das ist halt nicht mehr... Boah, jetzt machst du den neunten? Ja, komm, mach hier rein. Mach hier den Rad rein. Ne, das war eigentlich eher ein Goal-Post-Dance, ne? Ja, Goal-Post-Dance, genau. Hier. Sehr guter Leather-Dance. Oh, nicht schlecht, ey. Ja. Scientist, ich will deinen Larsen. Okay, ich bin nicht Scientist. Ja, wie man sieht... Oh, Scheiße. Oh. Ah, ne. Oh, schade. Das hat er echt gut gemacht. Die Gegner sind nicht zu unterschätzen. Die sind echt gut. Obwohl die relativ low sind. Also vom Level her. Ich muss sagen, die Iron Boots benutzt er sehr effektiv oder nicht. Ja, also... Das ist echt gut. Wenn der Ball ist, das ist schon... Ja, das ist echt krass. Ja, jetzt muss ich mal wieder... Der ist richtig gut, der Typ. Ich muss meinen Breaker auf jeden Fall rausholen jetzt. Boah, der... Der gibt mir mit seinem Iron Boots. Oh, da hat er noch das CS gezogen. Ah, ne, die sind beide low. Ah, ne, du bist ja auch tot. Scheiße. Das schaffst du noch, oder? Ja, das krieg ich hin. Das krieg ich hin. Ich glaube, ich muss mal hier so ein paar Buffs reinmachen, sonst geht das gar nicht. Das ist eine ganz knappe Sache. Das war knapp, ey. Ich hab ihn fast noch gehabt, so. Mann, Mann, Mann. Aber macht auf jeden Fall Spaß, ne? Also gute Gegner mal wieder. Selten der Fall eigentlich. Ja, also in der Fall laufen ja schon ziemlich viel... Ja, komm, das können wir auch noch ansprechen. Diese Kinder in SV. Die einfach... Die ganze Zeit meinen, sie könnten Laserdance perfekt und so. Und dann können sie... Ja, das ist echt... Die können's einfach gar nicht. Ja, die... Die wissen einfach nicht, äh... Worum es beim Laserdance geht und... Ja, die wissen gar nicht, was das überhaupt ist, glaube ich. Und wer das nicht weiß, der kann eigentlich einpacken. Oder nicht? Ja, den hab ich nicht gekriegt, aber den kriegst du noch. Ja, den hol ich mir, den hol ich mir. Oh, ja, sehr gute Attacken, wie er mit seinem... Allenbooter ausfüllt, aber... Denkt auf jeden Fall nach und weiß genau, was er machen muss. Ja. Ich komm nochmal long way. Ich hab grad Insta-Branche gemacht, natürlich ohne... Ja. Ähm, er versucht hier, dich nachzumachen mit einem Breaker. Oh. Das war ein starker Hit. Oh, ich bin gestanden. Ah, den rege ich. Schade. Den hol ich noch. Boah, das hab ich gut gemacht. Und den hol ich mir. Und den hol ich mir. Den hol ich mir. Schöne Sache, das war gut. Ah, das... Oh, also der Thief, der ist echt schade. Oh, shit, ey. So, jetzt wird's richtig spannend, meine Zuschauer. Ich... Nein, du musst den Stunnen, ja? Du musst den Stunnen, ja? Du musst den Stunnen, weil ich hab keinen... Ja, du musst den Stunnen. Ja, du musst den Stunnen, der holt dich nämlich den Ball mit Iron Boots. Genau. So. Und der ist jetzt... Ah, jetzt ist das schon durch. Ich bin aus dem Stunnen reingedashed. Egal, ich hab hier keine SP mehr. Okay, okay, wir haben Stunner. Oh, ja, ein bisschen... Einen Breaker hab ich abgekommen. Ja, ich auch. Okay. War egal. Er ist ein Stun. Der ist tot. Komm, den haben wir jetzt aber, oder? Oh, den hab ich nicht gesehen. Oh. Der war einfach weg. Ah, der hat aber nicht so viel. Ja. Doch, der hat noch ein bisschen, ne? Ja, komm, den haben wir. Ja, komm, den hab ich mir im PS geholt. Ja, und jetzt kommt aber der Breaker. Also, jetzt mach einen guten Laser Dance auf jeden Fall. Jo, das will ich auch sagen. Warte, komm, ich invader. Oder auch nicht. Ja, komm, bleib da mal. Oh, dann werd ich ganz schnell long way laufen. Jeder schöne... Ja, pass auf, pass auf. Jetzt gleich musst du resetten, Junge. Jetzt musst du resetten. Jetzt muss der Reset kommen. Der Reset muss jetzt kommen. Da ist er. Okay, das war gut. Das war richtig gut. So. Boah, das wird richtig Spaß gemacht. Jetzt mach ich einen Laser Dance. Und? Er ist gestunt worden. Den übelsten Comet. Äh, Bumerang. Äh, so. Und wir haben gewonnen. Okay. Das war's. Hat richtig Spaß gemacht, oder nicht? Ja, das war ein gutes Spiel. Also, das kann man auf jeden Fall nehmen. Und, ja. Bis zum nächsten Mal. Das war, glaub ich, Folge 24 jetzt, wenn ich das richtig mitbekommen hab. Ja, ja. Das war Folge 24. Und wie gesagt, heute bei ihm... Ja, das war ein bisschen ohne Thema. Ich muss ja demnächst mal wieder eine neue Testversion von Traps holen. Sonst wird das nichts. Aber ich denk mal, die nächste Aufnahme wird in den nächsten vier Jahren noch kommen. Jo. So. Und, äh, Scientist ist ja jetzt im Urlaub in Griechenland? Ja. Und? Und, ja. Ich spiele halt trotzdem noch. Aber das, äh, läuft schon. Ja, okay. Dann, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und, äh, das Video wird sogar auf Scientist Channel aufgeladen. Ja. Da seht ihr dann ja. Das wisst ihr ja mit jetzt, ne? Also. Haut rein. Haut rein. Haut rein.